Die alte Post in Großal gibt es schon seit 300 bis 400 Jahren. Seit 1920, also fast 100 Jahren, ist es im Besitz unserer Familie, der Familie Knapp, unsere Großeltern, die aus Südtirol stammen, sind nach dem Ersten Weltkrieg ausgewandert und haben sich hier ansässig gemacht. Mittlerweile sind wir in der vierten Generation, wo wir den Betrieb führen. Toni Junior mit seiner Freundin, die haben jetzt den Betrieb übernommen. Ja, und wir, die Senioren, helfen natürlich noch gerne mit. Wir haben einen sehr, sehr hohen Stammgästeanteil. Gäste, die schon jahrzehntelang zu uns kommen, mit uns gemeinsam wandern und einfach den Urlaub bei uns in der Alten Post genießen. Das sind mittlerweile ja schon echte Freunde geworden. Tradition und Gastlichkeit, das ist unser Slogan. Mit dem wollen wir auch unsere Stammgäste und natürlich auch unsere vielen neuen Gäste recht herzlich bei uns in der Alten Post willkommen heißen.